Dieser praktische und sehr schöne Ford Custom Trend L1 H1 könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der kraftvolle Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Doppelflügel-Hektüren und eine Schiebetür rechts erleichtern das Beladen. Eine Anhängerkupplung haben wir gleich mit montieren lassen. Zu den Allwetterreifen gibt es noch ein Reserverad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Hier finden bequem zwei Passagiere und ein Fahrer Platz. Der Laderaum besticht durch Ladeboden Easy Clean und Seitenverkleidung. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Custom schützt Sie mit ABS, ESP, Fahrer-Airbag und Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum USB-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem praktischen Ford Transit Custom Trend und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar? Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wisman freut sich auf Sie.